Herzlich willkommen. Hier ist was Neues für die Branche. Wir starten Tightly Packed TV, das Videoformat zur Interpack, produziert von Packaging Journal. Ab sofort jeden Monat News und Hintergründe zum Anschauen. Heute, welche Folgen hat die angespannte Lieferkette? Wir zeigen Ihnen Sachets aus Monomaterial, das Trendmaterial Hanf und Vakuum-Siegelverschlüsse für Schüttgüter. Außerdem gute Nachrichten von der Interpack. Die Messe ist jetzt schon ausgebucht. Es war ein Moment, der wohl wie kein zweiter symbolisch für die Fragilität der globalen Lieferketten stand. Letztes Jahr, im Frühjahr, blockierte das Frachtschiff Ever Given den Suezkanal. Auch deswegen kennt jeder inzwischen die Bedeutung der Lieferkette. Einer Studie zufolge kosteten Lieferkettenstörungen im Zusammenhang mit Covid-19 die Volkswirtschaften der Eurozone im vergangenen Jahr mehr als 120 Milliarden Euro an verlorenem BIP. Nicht erst durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine also ist die Lage heikel geworden, verschärft wurde sie dadurch aber weiter. Was aber heißt das nun für die Verpackungsbranche? Einfach gesprochen gilt hier wie immer der Grundsatz, ohne Verpackung kein Produkt. Verpackungsunternehmen müssen also zum einen sicherstellen, dass ihre eigene Produktion möglichst störungsfrei bleibt, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Zum anderen spielen Verpackungsunternehmen in den Lieferketten anderer Branchen eine elementare Rolle. Lieferketten müssen neu erfunden werden. Ab sofort gilt immer häufiger vom Just-in-Time zum Just-in-Case, also das Lagern von notwendigen Produktionsmaterialien auf Vorrat. Das Modell kann durch digitale Hilfsmittel ergänzt werden. Automatisierung und künstliche Intelligenz werden Unternehmen ermöglichen, neue Datenmuster schnell zu erkennen, um bessere Entscheidungen treffen zu können. Mehr dazu lesen Sie im tightly-packed-Blog auf interpack.de. Wie umgehen mit dem Wunsch nach nachhaltigen Verpackungslösungen in der Kosmetikbranche? Refill-Systeme sind besonders bei Produkten, die viel genutzt werden und sonst in großen Verpackungen daherkommen, geeignet. Wenn es um kleinere Produktmengen oder Einzeldosen geht, können Sachets eine Lösung sein. Hier kommt eine Lösung für die On-Demand-Produktion von V-Shapes. Das italienische Unternehmen stellt Sachets als Einzeldosisverpackungen her und verpackt zum Beispiel Produkte aus den Bereichen Pharma und Kosmetik oder Lebensmittel. Mit einem neu entwickelten Substrat sind die Sachets jetzt auch zu 100% recycelbar. Das hat sich das Unternehmen auch von InterZero zertifizieren lassen. Im Abfallstrom können die Sachets entdeckt, sortiert und wiederverwertet werden. Da in den Sachets kleine Mengen flüssiger oder halbfester Produkte verpackt werden können, eignen sie sich auch für Pröbchen und sind bei Verbraucherinnen und Verbrauchern für Reisen beliebt. Auch diese Verpackung wiegt wenig und kann nach Unternehmensangaben weltweit recycelt werden. Bei Cannabis denken die meisten zuerst an dessen berauschende Wirkung. Doch die heute angebauten europäischen Nutzhanfsorten enthalten wenig berauschendes, dafür einen hohen Anteil an Fasern, die sich für die Herstellung von Etikettenpapieren, Kühlverpackungen oder sogar Einwegpaletten bestens eignen. Allerdings ist Hanfpapier noch ein Nischenprodukt. Erst wenige Papierhersteller nutzen die Fasern, darunter die oberbayerische Papierfabrik Gmund. Seit kurzem hat der Papierhersteller vom Tegernsee sogar ein Papier aus 100% reiner europäischer Hanffaser im Portfolio. Das Hanfpapier wird ganz ohne Farbstoffe produziert. Die Fasern sind von Natur aus sehr hell und müssen nur wenig gebleicht werden. Sie sind zudem fünfmal länger als Holzfasern und haben dadurch eine höhere Zugreiß- und Nassfestigkeit. Damit sollen sie den Altpapierkreislauf verbessern und besonders oft recycelt werden können. Eine Mischung aus Pilzgeflecht und Hanffasern kommt vom niederländischen Unternehmen Ground Bio. Das sogenannte Mycel wächst dabei unter anderem zwischen Hanfschäben zu einer stabilen Verpackung. In der Produktion komme das Wachstum mit einem minimalen Energieaufwand aus. Es entstehe in Summe ein CO2-negatives Produkt, so das Unternehmen. Lebensmittel oder Baustoffe stellen besondere Anforderungen an den Abfüll- und Verschließprozess. Damit bei pulverförmigen Schüttgütern eine saubere Umgebung und der Produktschutz über die gesamte Lieferkette hinweg gewährleistet sind, werden beim Abfüllen und Verschließen Vakuumverschlüsse genutzt. Eine Lösung für das Abfüllen und Verschließen von Verpackungen für pulverförmige Produkte kommt etwa von Hava und Böker. Das deutsche Maschinenbauunternehmen hat eine Technologie entwickelt, die den Schutz der Produkte, der Umgebung und den Aspekt der Nachhaltigkeit vereint. Mit der Adams-Technologie können pulverförmige Produkte in Säcke abgefüllt und im Anschluss hermetisch verschlossen werden. Letzteres gelingt durch eine vibrierende Lanze und einen Bodenrüttler, die die verbleibende Luft aus der Verpackung treiben. Die Güter werden so sauber in vorgeformte Säcke aus einer endlos Schlauchfolie gefüllt und verpackt. Wenn es allerdings um das Verschließen von Großgebinden geht, kommt eine weitere Lösung von der SSB Wegetechnik ins Spiel. Für einen Kunden hat das Unternehmen eine Verschließanlage entwickelt, die Verpackungen mit einer Spannabmessung von bis zu zweieinhalb Metern sauber verschließen kann. Dabei wird ein Vakuum erzeugt und die Verpackungen sauber verschlossen. Endlich wieder Interpak. Nach sechs Jahren pandemiebedingter Pause steht die weltgrößte Messe für die Verpackungsbranche und die verwandte Prozessindustrie in den Startlöchern. Und gute Nachricht, die Interpak ist bereits jetzt ausgebucht. Bedeutet, sie wird das gesamte Messegelände belegen. Interessierte Unternehmen werden aber weiterhin auf die Warteliste aufgenommen und haben so die Möglichkeit nachzurücken. Wir halten sie vor der Messe immer auf dem Laufenden. Mit der Interpak-Plattform Tightly Packed bleiben Sie am Puls der Zeit. Dort informieren wir Sie kontinuierlich über neue Entwicklungen, Best Practices und Trends. Auch hier in Tightly Packed TV. Nächsten Monat wieder. Ja. Die. Und hug. D堅erlich hoffektivt hier. Verpackung.